So hart, dass er mehr reagieren musste, als er agieren konnte, als er agieren konnte, habe ich auch noch selten erlebt. Klassischer Penholder, Rückhandblock. Jetzt schauen Sie sich da, gucken Sie, wo der hinguckt. Schauen Sie mal, schauen da. Sachen, die eigentlich ein Waldener erfunden hat und als erster gespielt hat. Und weiter. Verdient. Ohne Zweifel verdient. Der Koreaner. Dazu kommen wir später, wenn wir zu den Frauenhalbfinals kommen. Also Koreas hat Kim Ki Taik, einen weitermaligen Trainer, gesprochen an das Tunströmen. Heute Marketingdirektor beim Tischtennis-Weltverband. Marketingdirektor beim Tischtennis-Weltverband. Bereichen des Olympia-Finals. Und da ist es soweit. Mit einem Kampfschrei, wie ein koreanischer Taekwondo-Kämpfer, feiert er diesen Triumph. Die Zeit gegen diesen überragenden Schweden, der bestimmt nicht schlecht war. Und Tipps und Ehr mit seinem Spiel. Sie haben das verhindert. Kim Taek-Soon Ryu. Sung-Mek.